Hallo und Herzlich Willkommen zu Ihrer neuen Folge 1119 auf der Hofbergkranze Weiter geht es hier mit dem Drescher Den letzten Meter von diesem Feld weg Was wolle, gehen jetzt Watzschabt runter Dichten Auch gut Auf Wiedersehen 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 So einfach brauchst du dann doch nicht. Oh Gott. Aber ich bin schon dabei. Das habe ich schon zu viel. Nein, ich kann es nicht mehr machen. Oh, let's go. Oh, let's go. Oh, let's go. Aber ich hab Zeit. Weiß ihm so, höchst wahrscheinlich erst am nächsten Tag verkaufen. Ach, wenn die Stände nach hinten gehen. Aber zwischen 7 und 19 und 20 Uhr macht ja fast an. Aber finde ich schlimm. Erscherladen hat schon nachts so. Na ja. Ja, dann wird das Programm in. Irgendwann 7 Verkaufsspur geben für. Ernte Erträge. Kann ich mir jedenfalls nicht wirklich hochstellen. Erste Erträge. Erste Erträge. Erste Erträge. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Let's go. Thank you. 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 Okay. Thank you. 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 It's a bit. Thank you. Thank you. raus, tschau, sag euer Jaso.